So, ein Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin's wieder, Jess, ihr seht die Frilles auf, ihr wisst, es kommt wieder eines von diesem wunderbaren, wunderbaren Video und wie es der Titel schon sagt, Diablo Immortal, eine Woche draußen, bricht alle Rekorde, also die Wahrnehmung für jeden, was Diablo Immortal ist, die könnte weiter nicht auseinander gehen und ich habe euch wieder ein paar ganz wunderbare Fakten mitgebracht, also ich möchte euch nur mal ganz kurz den Blick hierher riskieren und schon wieder zurück, das machen wir gleich. Also, wir machen mal ganz kurz vorne von Anfang an, Diablo Immortal, hier seht ihr, das Hintergrund ist das mobile Diablo von Blizzard, es sorgt für super, super viel Aufregung, es wird sehr gerne gespielt, der Shop wird gehasst wie die Pest und es gibt einfach, ja, es ist sehr, sehr spannend und die Wahrnehmung jetzt, für viele sind der Meinung, ja, das Mobile Game, das wird schon niemand spielen, beziehungsweise, das schaut man sich vielleicht kurz an und dann geht das sehr stark zurück, weil es ist auch auf Twitch, wenn man sich auf Twitch hier die Most Watched Games anschaut, da muss schon mal weit runterfahren, irgendwo hier auf Platz 15 kommt dann Diablo Immortal, mit, ja, so 30, 40.000 Viewer im Schnitt, das ist also auch für Twitch, für ein Spiel, ist das komplett irrelevant, also muss man ganz klar sagen, das schauen die Leute ein bisschen zu und das war's, also das spielt hier keine Rolle, aber wie es jetzt eben Blizzard hier bekannt gegeben hat, gab es, erstens einmal ist es der erfolgreichste Launch von einem Spiel oder von einem Franchise überhaupt, mit 10 Millionen Downloads, also der asiatische Markt, der ist noch gar nicht ganz richtig erschlossen, weil das wurde ja teilweise verzögert und kommt erst am 22.06., bedeutet der Zielmarkt wird erst Ende des Monats angesteuert, also da wird das Ganze dann nochmal viel spannender, dann, das zweite Problem ist, wir haben immer noch ganz, ganz viele Spieler, welche das Spiel gar nicht spielen können, weil sie eben, wie man sie im Hintergrund sieht, so diverse Grafik-Bugs und so weiter haben, also am Smartphone, ich glaube es war das S10 und und und, also es gibt viele von diesen Smartphones auf einem gewissen Chipsatz, wo das gar nicht erst funktioniert, das Spiel, weil sonst hätte es natürlich nochmal um einige Spieler mehr, aber desto trotz, wir schauen uns jetzt mal ganz kurz an, wenn man hier reinschaut, dann sieht man bei so einer Statistik, 5 Millionen Downloads, ja, wir sind schon bei 10, das hängt ein bisschen hinterher, aber was für uns interessant ist, ist die linke Spalte, über 10 Millionen US-Dollar wurden bereits ausgegeben. So, wir sind wieder zurück, ich muss einen kurzen Cap machen, ich muss mich ein bisschen von den Zahnen erhöhen, also über 10 Millionen, und was ganz spannend ist, ist natürlich die Amerikaner hier mit fast 50%, bei diesen Modellen, das ist ja der absolute Wahnsinn, dann eben Südkorea, Japan und dann kommt hier schon Deutschland, also es ist auch der ein oder andere in Deutschland in der Summe, das liegt natürlich auch an der Anzahl der Spieler, auch hier hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht, dass eben Deutschland hier in die Statistik noch kommt, aber wie gesagt, ich glaube, wir schauen dann in einem Monat nochmal rein, weil dann wird hier wahrscheinlich nicht mehr 10 stehen, sondern eher 100 oder mehr, dann wird das noch spannend. Österreich, ich bin ein Österreicher, nicht vergessen, ich habe auch schon 100 Euro reingepayt für das Video, wir sind da auch vertreten, ja, zwar so wenig, dass wir nur zu den Others gehören, aber sei es drum, ist drum, wichtig ist, über 10 Millionen, ich hätte persönlich gedacht, dass es in der ersten Woche mehr macht, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, ob ihr an mehr oder weniger gedacht habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, könnte daran liegen, dass das ganze Tracking-Tool ein bisschen hinterherhinkt, also dass es in ein paar Tagen dann noch deutlich, deutlich anders ausschaut, aber ich finde das halt einfach, einfach mega spannend, wie sich auch die Zahlen entwickeln und wie das eben aussieht, nur auf Twitch hast du super wenig Zuschauer, auch hier die Kern-Community und so weiter, also vielen gefällt das Spiel, vom Shop abgesehen, von den Sachen, was man hier machen kann, wie die Legendaries droppen, wie das mit den ganzen Aufwertungen und so weiter funktioniert, auch von diesen Endgame-Mechaniken, Essenzen transferieren, Gear upgraden, ab einem gewissen Punkt funktioniert das dann nur mehr hier und hier, also es ist schon vom Paragon und so weiter abgesehen, ein relativ spannendes Spiel für ein paar Stunden, also die ersten 50 Stunden ohne Shop, ganz fein, dann wird es natürlich spannend, ja, natürlich kann man jetzt kein Diablo-Mortal-Video machen, ohne einmal den Shop zu bringen, weil, eines habe ich noch, ein kleines Schwankerl, ne, es ist ja, bricht alle Rekorde, es geht natürlich auch noch einen kleinen, aber feinen Schritt weiter, und zwar, wenn wir hier, ihr wisst ja, über den Shop könnt ihr ja, diverse Kristalle kaufen, ne, von den Währungen her, und dort, ich bin jetzt gerade davor, hier unten, für so 6.000, kriegt ihr halt an die 100 Kristalle und dafür könnt ihr euch Embleme kaufen, ja, und ihr wisst ja, dass 10 Embleme, 1.600, ähm, von diesen Kristallenkosten, und dann bist du, okay, das klingt jetzt eigentlich ziemlich viel, aber da möchte ich euch jetzt die Bekanntschaft mit einem Screenshot machen, wo mir der Kaffee aus der Hand gefallen ist, ich schalte mal ganz kurz um, und zwar die Bekanntschaft vom Megashield, Megashield wird niemandem irgendetwas sagen, das ist einer der Spieler, der ist ein sogenannter Gigawahl, ja, jetzt lernen wir auch noch etwas dazu, musste ich auch kurz lachen, ähm, das ist ein sogenannter Gigawahl, der war in Lost Ark schon mega stark dabei, und der hat jetzt Immortal für sich entdeckt, das ist jetzt hier kein Fronten gegen Leute, die viel Geld reinstecken, ihr könnt euer Gold reinballern, wo ihr wollt, aber es geht eben darum, der ist halt so weit, er schert die Screenshots und die Experience, und das ist etwas, das kannst du, so wie ich oder so, niemals nachmachen, weil den Charakter, auf den ihr gerade schaut, das sind 108.000 US-Dollar. Ja, jetzt könnte es natürlich eine gewisse Störung beim Mikrofon geben, deswegen möchte ich das nochmal kurz wiederholen, 108.000 US-Dollar, hätte man sich vielleicht schon denken können, wenn man in der Mitte die Resonanzpower von fast 5.000 zieht, und auf der rechten Seite die Legendary Quest, die stacken auf 100, das ist eine Erfahrung, die wir niemals gemacht haben werden, weil ein Quest kostet ja umgerechnet 2,50 Euro, ne, das heißt, es ist schon mal schwer, so einen kompletten Stack zu haben, ist begrenzt, weil das Inventar voll ist, also er stößt halt hier an die anderen Limits, eben an die Inventar-Limits, deswegen konnte er nicht mehr kaufen, er besitzt 2 bzw. 3 voll aufgewertete 5 Sterne, es fehlen natürlich noch ein paar, und er rechnet damit, dass er nochmal 60.000 bis 70.000 US-Dollar brauchen wird, um den Charakter zu maxen. Und damit, meine Damen und Herren, knapp, also es gibt ja viele Hochrechnungen, 100.000 Euro für ein Maximum in einem Diablo-Charakter, das ist falsch, es sind 200.000, ja, hier geproofed von dem Spieler, wie gesagt, mit Screenshots und alles, sehr, sehr spannend, viele werden sich denken, bisschen heftig, aber es heißt, es ist nämlich auch, Quinn hat auch wieder so eine Welle hochgetreten, er zahlt so lang ein, bis er einen von diesen 5 Sterne in Games eben lootet, und als ich gestern geschaut habe, war er bei 11.000 Dollar und hat keinen gelootet, also nur, wenn man jetzt rein zahlt, heißt das nicht, dass er automatisch was lootet, ich hatte 50 Euro drin fürs Video und beim zweiten Run habe ich dem 5 Sterne in Games gelootet, den, den er versucht seit hunderten Runs und tausenden Dollar zu looten, also es ist natürlich auch mit Glück verbunden, also nur zu wählen reicht nicht, aber ich fand halt mal die Zahl spannend und damit man das mal sieht, das ist auch ganz spannend zu sehen, dass er im Verhältnis den Screenshot, was er gesehen hat, ich habe jetzt 485 Resonanz und er hatte 4.800, also da geht das Ganze natürlich schon ein bisschen auseinander, aber von dem zahlenden Game her, das war jetzt ein bisschen ein trockeneres Video, nur damit ihr mal wisst, Immortal 10 Millionen Downloads Plus, es wird wahrscheinlich noch sehr stark steigen, Umsatz jetzt aktuell auch 10 Millionen Dollar, findet ihr jetzt nicht so viel, wird wahrscheinlich auch noch mal stark steigen, ist aber sehr spannend, da bleiben wir natürlich am Ball. So, wieder mal ein kleines Zahlen Video, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne ab damit in die Kommentare und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.